Kronbacher. Einzigartig im Geschmack. Aus den Besten der Natur. Mit Felsquellwasser gebraut. Kronbacher. Eine Perle der Natur. Genießen Sie es. Ein Wahnsinnsspiel, weil wir gewonnen haben, klar. Ja, ja, Emotionen pur. Ich habe es selbst schnellten Meter gar nicht rausgeholt. Ich durfte dann aber trotzdem schießen. Und dann gab es mir einfach ein bisschen Glück dazu. Ich gratuliere natürlich unserem SGO, unserem Oberschättenzer, für diesen großen Erfolg. Und nochmal auf den Namen von Kronbacher. Herzlichen Glückwunsch an den Sieger. Das war sensationell. Und dann läuft das Spiel einfach. Das war diegisch-jährige Szene. Das war diegisch-jährige Szene. Ich bin KSC in der Liga. Es ist Pokal. Im Pokal ist ja immer alles möglich. Aus unserer Sicht war das eine wunderbare Pokalsaison und unterm Strich glaube ich, dass wir noch nie so viele Zuschauer hatten beim Grombacher Pokal wie dieses Jahr, liegt natürlich ein gutes Stück am KSC. Ich bin KSC! Ich bin KSC!